Ah, 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 ah. Ich darf nur's. Ah, achtsch. Ja, verstanden. Winter, bin dran. Erstelle einen Lagebericht. Boah, und damit herzlich willkommen zurück zum Alien. Lone your loaves. Hallo. Auch wenn ich es langsam eher empfinde wie Alien, wir machen euch platt. Sir, wir sind auf der Brücke. Anders verläuft sie nämlich, ich freue mich nicht. Hm, ne. Risk Intigation Detected. The Naval System Bridge. Yes or no? Hab nichts drücken, verdammt. Äh, ja? Gehen sie in den Hauptschiff, wenn noch so ein Alko zu fliehen. Alles klar. Alter. Ja, ja, tritt einfach mal die Tür ein, Junge. Was ist mit dir los, ey? Er hat gut gefrühstückt. Wow. Äh, ja. Das schiebe voll. Alter, ich stehe jetzt in den Kugel in den Kopf. Alter, stell nicht so ne Fragen. Raus hier. Wow. Geh, lau, 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 lau. Ja, toll. Sag bloß. Was? Warte mal. Geil. Das Schiff kippt und die Leiche rutscht. Ist das geil. Hinten ist ein Loch drin und wir werden angezogen davon. Haha, ist das geil. Äh, wir tränken es weiter. Wirst du schon, ja? Ne, ich weiß, ich werde nie gefruchtet. Aber ich fand das gerade geil, weil die Leiche, die lag, wird gerade ausgezogen, weil da ein Loch drin war. Ja, ist hier auch. Versuch entgegen zu rennen. Ich habe das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Scheiße, man. Wir sind nicht weit in die Richtung gelaufen. Wir müssen das Ding kaputt schießen. Ja, äh, ich werde gerade, ich glaube, du musst mich töten. Oder zumindest, warte mal, ich mach's mal anders. What's up. Oder so. Hallo? Boi. Geht doch nicht. Schattierungen. Äh, dürfen wir nicht. Kein. Hier geht's weiter. Irgendwas schick ist, blöd, ne? Ne. Wir müssen aufpassen, dass wir die Dicks nicht vergessen. Die, die, die... ...undemarken. Wir haben auf dem Schiff geläht. Wir kommen nicht mehr. Wir kommen nicht mehr. Wir kommen nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Wir sind auf was gestunden, dass wir nicht finden sollten. Ha, das Wort lobe ich der Plan, dass er es nicht gefunden wurde. Hm. Ich stecke dir in der Nase nicht so tief in andere Angelegenheiten. Oder nehm nicht Sachen in den Mund, die du nicht kennst. Wir sind nicht mehr. Ich habe schon. Ah, schon holen. Sehr schön. Young, jetzt dürft's doch endlich mal an. Ja, jetzt geht's runter. Oh, jetzt der brennt. Ist ja fast schon einfach. Bock, das ist nicht so laut. Wird das ja noch schlimmer. Oh, ich hab auch einen, oder? Ne, jetzt Munition. Okay, ich glaub, da wollen sie weitergehen. Ich geh nochmal kurz zurück. Okay. Ne, hier liegt nix mehr, schade. So, hier ist auch mehr. Hier ist zu. Wo? Okay. Äh, ja, wir kriegen Besuch, ganz viel sogar. Hm. Boah, schon wieder. Ist nicht dein Ernst, ey. Danke. Bitte, bitte. So. Ne, jetzt nicht. Ja. Jawollah. So muss das gehen. Wow. Hahaha. Das macht Laune. Ich will nochmal. Ich will nochmal. Darf ich? Warte. Was war das? Wir haben gesetzt. Auf die Türen ziehen. Hä? Ne. Ne. Das ist ja nochmal. Guck mal, das ist. Ja. Gib mir doch. Oh, das ist meine. Das ist meine. Ähm, meine, 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 meine. Wow, wow, wow. Hier geht's ja richtig ab, ey. Wow. Keiner. Ja, die schreien schon, als würde es wehtun, ey. Na. Irgendwas ist da noch rechts von uns. Ich weiß nur nicht was. Ich würd's glaub ich auch gar nicht wissen. So, ich schliess mich dem einfach mal an. Oh, hier liegt ein Medi-Pack, wenn du brauchst. Ja, warte. Der Aufzug? Bishop, hier ist Winter. Wie sieht's mit der strukturellen Integrität des Aufzugs aus? Jawohl, Winter. Strom ist da, aber das Ausmaß des Schadensystems betont. Jetzt liegen nur zwei Medi-Packs. Toll. Okay. Vertraut mir. Kommst du? I'm on my way. Oh, ist das unless desired? Dumm-dimm, dumm-bimm- Dumm-dimm-dimm-dimm-dimm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm. Okay, du wir hast's mitgeben. erhalte ihn mal die den flammenwerfer weg ich habe es ja ich hab's gar nicht mal geht es gut warum man da sind ja so jetzt geht's da lang oh was habe ich denn hier gefunden ich weiß es nicht immer macht ihr die türen hier zu ja immer diese treffen wir wieder auf aliens immer diese zuhälter hier jetzt treffen wir auf beide glaube ich so wie ich das anhört boah mach ich hier Mist na dann oh lord boah ey 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 wow jetzt wird es interessant boah was ist denn der Ernst ey brennt die Sache mhm alter da gebrennen da gebrennen gefälligst das los lauf aus der Rinsen mit dem Grinsen so ach geh da mal weg Junge hier ist nichts mehr nein verdammt was ist jetzt alter runden dank geh weg scheiße mami 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 wow die kommen aus dem Boden gekrochen die Schweine ich glaube ich spinne boah weg hier boah weg hier wir kommen wieder hoch joo wir sind wieder hoch und wir sind voll lassen sie erst mal so schnell runter fliegen voll und ihr Arschlöcher hier aber aber ich finde ja schon mal gut dass die Alien wenigstens auf unserer Seite sind was die menschen angeht ja klingt vielleicht fieser ist aber so die sind unparteiisch sie greifen alles an finde ich gut ab ins knie so die Tür hier so was haben wir hier ok wir überrücken mal einen Moment kurz mal eine Facebook-Mittlung schreiben alles denn hier ja weiß ich nicht ich bin ich auch wo auch noch ein Stück danke lauf junge lauf 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 die da kommt und was irgendwie irgendwo war ja 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 da ist es schon das ist mehr ich bin gleich tot ich bin gleich tot eh du stirbst fast nicht die Alok ist zu sterben Alter was machst du denn da hinten Junge ey du bist ja echt Zeug kommt mit dein Akku Zeug rum ja ja bist du auch so ein Zeug ey Mega Zeug hallo ich spring ja überall rein aber nicht da Alter den süff da runter na lang ja siehste was hast du da halt mit dem Duschen ne ja muss ich mal wieder gehen danke jetzt auf jeden Fall unten so nach Eingeweide wer haucht mich an ich habe mich angehaucht ja nein wow so schön zu dem Thema niemand bleibt zurück ne ist mir doch egal man ich bin schräg aber nicht schief ne richtig jetzt bist du schief und schräg hihihi hihihi ja Tür auf Tür zu was ist jetzt so safe wow oh wie auf dem Karussell ey wow der war weg hier troppelt irgendwas ekliges runter na lecker ey oh sorry ok ok dann wollen wir mal ich würde ja akku hoffen wir sind grad safe aber haha ne bei dem Chaos was hier herrschen will wow ja toll Licht aus Licht an was machen wir hier was machen wir hier wow wiii komm schon na klar Puschel groß oder dies jetzt wirst du Land gewinnt wo ist unten lang gelaufen oder unten wir müssen hier lang da bist du ich hab was da das muss durch ja ey 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 Zelda macht das mir hin zu wow geht zu geht nicht voll was hier gar nicht das ist ein scheiß weißer Nebel ey ja ist das richtig ja wow 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 hat ab du scheiße oh sehr geil hat ab du scheiße rumpeln sehr geil hier rein ich werde jetzt weitermachen hier na klar auf wiedersehen tusen tusen weh du ziehst mich hinterher ich bin nur noch hinter dir gut wow Feuer Heiß Hitze ich find das geil die sich auch die Hände durchs Gesicht halten wenns irgendwo heiß wird oder so wow das ist wenigstens mal realistisch und die muss oh guck mal Feuer ja schön sollte heiß sein danke weiter geht wow da kommt ja immer das Grinsen entgegen super hmhm das Grinsen des Graulens was hast du da Platz da da rinnt was ja ich hab's gesehen ja ja ich hab's gesehen kabumm boah da kommt ja noch was schönes und gleich nochmal ja volla und gleich nochmal so na komm her hier oh mein Schuss drin Baby hehehe 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 sehr geil macht Laune muss ich sagen ja sehr geil sehr schön dass du Laune hast ja aber was für Laune alter geil so man muss Petri dazu ne geht nicht oh oh wie schnell ich bin der huiiii Wurftschleuse kann jeder. Ähm. So? Geht's ja weiter? Frag ich mich auch. Ah. Ist dir das leidig, sag. Ach, hier hinten. Ne da. Ne da. Ah, hier! Da kommt was runtergefahren. Waffst du ein Like? Oh! Alirpa! Na komm schon. Wir haben angedockt. So. In der ersten Etage haben wir die Damenbekleidung mit Unterwäsche und schick Dessous. Zwei Etage, Männerhosen und Socken, auch Pullover sind hier zu finden. Dritte Etage, Aliens und Tote und ziemlich viel Chaos. Willkommen! Hm. Ich bevorzuge dann noch lieber den zweiten Stock. Ich glaube, ich sollte Fahrstuhl-Sprecher werden. Das wär doch... Das ist eine Marktwitte, die musst du doch für Tupoch laden. Ja, Mann. Ich hab einen Granat. Verdammt, ich hab einen Granat. Der denn da? Der spielt grad, glaube ich. Ja, Mann. Ja, Mann. Haha. Alla, ich bin gleich down. Jetzt bin ich down. Oh, da ist ein Riese, da ist ein Riese, da ist ein Riese. Da ist ein Riese, da ist ein Riese. Oh, ich find's gut, dass der mich nicht mehr wird, wenn ich am Boden liege, das gefällt, ne? Da kann's anders. Mach's nur Scheiße, Junge, weißt du, bitte? Tja, genau, muss ja. Der ist ja hier langweilig, oder? Yay, der ist down. Ich hab doch fast Full-Life hier. Dankeschön. Bitteschön. So weiter jetzt. Hallo? Ich würd mich dann gerne mal bewegen können. Ich kann mich nicht bewegen, WTF. Spring mal. Geht nicht. Ich kann nicht mal die Mumpel wechseln. Alter, ich werde geschossen, Mami. Kann nicht mal schießen, was... Ach, ich will mal rum. Ich... Ich krieg ja zu viel, ja. Boah, weg hier. Ausfinden, welche Taste das ist, das ist nicht... Boah, ich bin hier wieder voll am Arsch hier, Egon. Da läuft er wieder, ist das schön. Ja. Ja, ich hab irgendwie den Chat aktiviert, ich weiß nicht wie. Können auch noch. Boah, nicht. Ich komm mit... Mit T. T. Ah, sehr schön. So, die ist verschlossen. Ah, ich bin völlig am Hintern. Was ist denn hier los, eh? Ah, verdammt, die ist auch noch leer. So, verschlossen ist die auch die Kacke. Uah, das ist meine, 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 meine. Danke. Die ist zu. Oh. Es gibt keinen Weg zur anderen Ladung. Du musst mal da reingehen. Uah, heilung, heilung, heilung. Sehr geil, hoch rein. Da hinten. Das Ding aktivieren. Okay, bin noch ein Blick. Uah, ne. Geht nicht. Pass mal auf. Ah, ich geh mal rein. Boah. Zopf nicht, du. Ich geh nicht, Digga, zwerg. Los, mach hin, jun. Wow, ne, 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 ne. da war ich wieder down alter dieses blöde vieh geht doch bitte um die ecke ich sehe es nicht danke so aktiviere ich meinen schalter selber danke für deine hilfe bitte bitte ich habe alle wohl die war sein mit die rechner meint das ist nicht so drin es kann schon wissen euer monge denn nicht das ist das problem die städte erdauert die vierte Oh, da hinten liegt noch was, das hole ich mir. Meine, meine, meine. Render, render, render. Meine. So, der Nutsch, Auslöser ist gleich aktiviert. Achtung. So, haben wir erledigt. Warte jetzt. Ja, Mann. Oh, Ends, komm jetzt auch. Ja, toll. Ach, scheiße, hab die. Ich glaube einfach weiter. Komm, 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 komm. Willst du hin nach hier lang? Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen, aber ich geh einfach hier rein. Ja. Irgendwie sicher aus, ne? Tja, so ruhig. Besser als da draußen. Ich habe das Gefühl, wir müssen mitspielen gehen. Ich habe das Gefühl, es ist mir nicht mehr. Weil ich gar keine Lust habe. Erstmal kurz die Schroten nachladen. Wow. Alien? Ja. Aller. Boah, jetzt haben wir... Boah, ist er hier in Ernst? Jawollah. Und all auf Tauf und alle anderen. Dann, oh. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Hier. los gerade okay das ist gut er hat ein hübsches lächel gleich bei steht jetzt weg da auch ich weiß nicht wie die rumschreien Ey Hammerhart Ey, die ist geil Das war jetzt ne Aktion ey Ein Schwein sagt was, aber könnte mal die Klappe halten Oh geil Ja, wie geht es? Oh Gott Echt? 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 Vielen Dank. Vielen Dank.